Ö1-Podcast Heute in ungewohnter Rolle, nämlich in der des Studiogasts zu hören, ist Doris Glaser. Liebe Doris, wir sprechen heute über dein Lieblingsbuch, nämlich über Malina. Was fasziniert dich denn an diesem Roman so sehr? Also ich habe komischerweise sofort gesagt, Bachmann muss es auf jeden Fall sein. Und ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, Malina gelesen, weil ich es lesen musste, schon damals, als so 19-, 20-Jährige für die Ö3-Musicbox. Die Musicbox war von 1967 bis 1995 in Ö3 zu hören und prägte das Radiopublikum über Generationen. Zu den zahlreichen Moderatoren und Moderatorinnen dieser Sendereihe zählten unter anderem Frank Elstner, André Heller, Walter Gröbchen und Doris Glaser. Und warum ich jetzt sofort gesagt habe, dieses Buch muss es sein, weil mir diese utopischen Passagen so in Erinnerung waren, die mich immer zu Tränen gerührt haben. Da gibt es den Text »Ein Tag wird kommen«. Ich glaube, auf den gehst du da jetzt ein, oder? Genau, wobei ich erstaunt war, dass das eigentlich nur ganz wenige Passagen sind, die sich mir aber so fest eingeschrieben haben, auch natürlich durch diese faszinierende Stimme der Bachmann, wenn sie das selber vorgetragen hat. »Ein Tag wird kommen, an dem die Menschen schwarz-goldene Augen haben. Sie werden die Schönheit sehen. Sie werden vom Schmutz befreit sein und von jeder Last.« Dann hat mir natürlich gut gefallen, damals schon, irgendwie eine Frau und zwei Männer. Also wenn du jung bist und selber noch kaum eigene Erfahrungen gemacht hast, ist das toll. Und außerdem so diese poetische Existenz, also die Ich-Erzählerin ist ja eine Schriftstellerin, das hat mir als junge Journalistin, die auch noch auf der Schreibmaschine geschrieben hat, hat das natürlich unglaublich gefallen. Und zwar auch noch in dieser poetischen Pose immer, also ich jetzt nämlich, immer mit dem Kaffeeheferl neben der Schreibmaschine. Also wirklich ganz klassisch geraucht, natürlich damit ist auch noch viel geraucht worden in den 80er Jahren, über die ich jetzt erzähle. Das Buch ist ja 1971 erschienen. Ingeborg Bachmann, geboren 1926 in Klagenfurt. Mit ihren Gedichten, Erzählungen, Romanprojekten, Hörspielen und Essays schuf sie ein vielschichtiges Werk. Ihr zu Ehren wird seit 1977 jährlich der Ingeborg-Bachmann-Preis, die wichtigste literarische Auszeichnung im deutschen Raum, vergeben. Malina ist Ingeborg Bachmanns erster und einziger Roman, den sie zwei Jahre vor ihrem frühen Tod im Jahr 1973 veröffentlicht hat. Das erste Kapitel heißt Glücklich mit Ivan, so beginnt der Roman. Ich finde, das ist das einzige Kapitel, das so einem Roman, einer normalen Erzählung nahe kommt. Und sie lebt da in der Ungargasse mit diesem Ivan und du hast es schon erwähnt, Dreiecksbeziehung. Dann gibt es noch einen weiteren, nämlich den Malina. Welche Rolle spielen diese beiden Figuren im Leben der Ich-Erzählerin? Der Ivan ist ja Ungar, das ist ja auch so lustig. Er ist ja Ungar und sie leben in der Wiener Ungargasse und die Bachmann schreibt dann immer von ihrem Ungargassenland. Und der Ivan ist, ich würde sagen, einfach ein jüngerer Liebhaber. Also eine wirkliche, vollwertige Liebesbeziehung ist das für mich nicht. Also ich sehe das eher so als Affäre. Der war offensichtlich schon einmal verheiratet. Es gibt zwei Kinder von ihm, zwei Kleinen noch. Er hat zwei Kinder, sie, zwei Katzen, so ist es. Genau, damit alles ausgewogen ist. Und die Ich-Erzählerin lebt aber zusammen mit dem titelgebenden Malina. Meine Beziehung zu Malina hat jahrelang aus misslichen Begegnungen, den größten Missverständnissen und einigen dummen Phantastereien bestanden. Ich will damit sagen, aus viel größeren Missverständnissen als die zu anderen Menschen. Da wurde immer viel spekuliert, da kann man natürlich viel hineininterpretieren. Ist diese Figur real? Ist es einfach nur das alte Ego, das männliche alte Ego der Ich-Erzählerin? Ich finde aber, das ist gerade das Spannende an der Kunst, dass man ihr auch oft das Geheimnis lässt. Also vielleicht sehe ich es auch selber je nach Tagesverfassung anders. Malina hält mich, bis ich ruhiger bin. Ich habe mich beruhigt und er fragt... Was liest du denn da? Ich sage, ich interessiere mich. Es fängt an, mich zu interessieren. Malina sagt... Das glaubst du doch selber nicht. Ich sage, noch glaubst du mir nicht. Und du hast recht. Aber eines Tages könnte ich doch anfangen, mich zu interessieren für dich, für alles, was du machst, denkst und fühlst. Liest du oder hast du es als Liebesgeschichte gelesen? In der Jugend ja, sicher. Mit unglaublicher Faszination eben. Selber noch fast nichts diesbezüglich erlebt habend. Aus heutiger Sicht, ich meine, ich bin ja mittlerweile älter, als die Bachmann überhaupt geworden ist. Die ist ja mit 47 eben verstorben. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, schwer toxische Beziehung, in der ganz viel getriggert wird, was offensichtlich in der Vergangenheit dieser Ich-Erzählerin passiert ist. Weil es gibt ja noch ein ganz wesentliches Element im Buch, diese Traumprotokolle. Das sind ganz schreckliche Albträume. Genau, das ist das zweite Kapitel, der dritte Mann. Und sie spricht ja auch von Beginn an vom Heute. Und wenn es das Heute gibt, dann gab es wohl ein Gestern. Und dieses Gestern wird dann im zweiten Kapitel besprochen und dann in der Rolle der Vaterfigur eigentlich. Genau. In Träumen, wie du sagst. Wobei ich ja diese Vaterfigur eher symbolisch sehe. Da gibt es ganz fürchterliche Gewaltfantasien, Kriegserinnerungen. Es wird vom Vergaserung gesprochen. Also es ist wirklich grausamst. Also ich sehe wirklich diese Vaterfigur als Symbol. Mein Vater nimmt ruhig einen ersten Schlauch von der Wand ab. Ich sehe ein rundes Loch, durch das es hereinbläst. Und ich ducke mich. Mein Vater geht weiter, nimmt einen Schlauch nach dem anderen ab. Und ehe ich schreien kann, atme ich schon das Gas ein. Immer mehr Gas. Ich bin in der Gaskammer. Das ist sie. Die größte Gaskammer der Welt. Und ich bin alleine drin. Dieses Spiel Unterdrückung, Patriarchat, kommt ja auch vor in dem Buch sehr stark. Die Machtverhältnisse. Also wir haben es bei den Männern in ihren Beziehungen und bei dieser väterlichen Figur einer Gesellschaft. Ich kann mir auch vorstellen, also der Vater, der Ingeborg Bachmann, war ja selber auch bei der NSDAP. Und zwar schon 1932, ja, interessanterweise. Und dass du da als Tochter natürlich auch extrem gespalten bist. Weil ich meine, den Vater, man liebt ja irgendwie auch den Vater. Und gleichzeitig sind da einfach wirklich schreckliche Dinge passiert. Wie viel hast du von allem verstanden? Beinahe alles. Einmal glaubte ich nichts mehr zu verstehen. Meine Mutter hat mich ganz verwirrt. Warum ist mein Vater auch meine Mutter? Warum wohl? Wenn jemand alles ist für einen anderen, dann kann er viele Personen in einer Person sein. Wie leicht wird es darüber zu reden? Es wird schon viel leichter. Aber wie schwer wird es damit zu leben? Darüber hat man nicht zu sprechen. Man lebt eben damit. Ich habe damals für diese Musicbox-Sendung auch Interviewmaterial gesichtet. Und da gab es ein ganz berühmtes Interview, wo sie sagt, die Männer sind krank. Alle. Unheilbar krank. Und dann ist so eine lange Pause. Und dann sagt der Interviewer, ja, aber woran sind sie denn erkrankt? Und sie sagt nur, alle wussten sie das nicht und lacht aber dann. Und das ist auch so schön, weil es gibt ja immer dieses Klischee der tragischen, immer nur leidenden, übersensiblen Ingeborg Bachmann. Und für mich sind ja gerade diese Brieffragmente, die es eben auch gibt, die Malina, auch ein Beweis, dass die Bachmann durchaus auch Witz gehabt hat. Sehr geehrter Herr Gans, was mich zuletzt zu stören anfing und weiter stört, das ist Ihr Name. Ich muss es Ihnen einmal sagen, weil das Wort Gans jeden Tag vorkommt. Es geht dann nämlich so weiter nach dem ersten Kapitel, dass sich diese verschiedenen Textformen ablösen. Es gibt Telefonate, es gibt Gedichte. Macht es das noch einmal geheimnisvoller, besonderer? Also ich finde es ja mal spannend, dass es heißt, es ist ein Roman und zwar nämlich der einzige auch vollendete Roman, den es von der Ingeborg Bachmann überhaupt gibt. Aber tatsächlich ist es natürlich ein scheinbares Kuddelmuddel, Collage oder so, könnte man wahrscheinlich sagen. Oder war da so in den 70ern, also auch sehr en vogue, da war alles Collage. Aber was mich jetzt auch interessieren würde, wie du als junger Mensch zum Beispiel empfindest, dass da ganz viele Briefe geschrieben werden in diesem Buch. Wobei das ja deshalb nicht heißt, dass nicht der Inhalt dieser Briefe hochinteressant ist und nicht genau so auch heute in einem Mail stehen könnte. Aber du hast halt nicht mehr diese Verzögerung, der Brief wird in einem Heute geschrieben, vielleicht morgen aufgegeben und Tage später dann erst gelesen. Das finde ich eigentlich was Tolles am Briefeschreiben und vielleicht würde ich mir das persönlich oft wünschen, auch von mir selber, weil wir mittlerweile Nachrichten raushauen, egal ob an unsere nächsten Menschen oder an andere. Die sehr unüberlegt sind und ich glaube beim Briefeschreiben in dem Wissen, dass du es in einer Woche vielleicht anders schreiben würdest, überlegst du dir vielleicht oft auch eher, was du sagen sollst und was vielleicht dann doch im Kopf bleibt und je bald wieder verschwinden wird. Kopfsätze haben wir viele, haufenweise, wie die Telefonsätze, die Schachsätze, wie die Sätze über das ganze Leben. Es fehlen uns noch viele Satzgruppen. Über Gefühle haben wir noch keinen einzigen Satz, weil Ivan keinen ausspricht, weil ich es nicht wage, den ersten Satz dieser Art zu machen. Doch ich denke nach über diese ferne, fehlende Satzgruppe, trotz aller guten Sätze, die wir schon machen können. Warum sollte man heute aus deiner Sicht Ingeborg Bachmanns Maliner lesen? Warum ist es nach wie vor so relevant? Es gibt jetzt auch diese großartige, aktuelle Ingeborg Bachmann-Ausstellung, Ingeborg Bachmann, eine Hommage im Literaturmuseum in Wien. Dazu ist ein Band, ein Profile-Band erschienen mit ganz vielen Essays und den habe ich mir natürlich angeschaut, jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch. Und da habe ich in diesem Profile-Band ein Typoskript gefunden, der Ingeborg Bachmann. Und da schreibt sie, die Todesarten, also das Buch Maliner gehört ja zum Todesartenzyklus. Todesarten möchte gern etwas werden wie ein Kompendium der Verbrechen, die in unserer Zeit begangen werden. Die Verbrechen, die ich meine, sind die einer hohen Zivilisation, die ihres Raffinements wegen und, wenn man so will, ihres Grades an Intellektualität wegen täglich um uns vor unseren Augen heimlich und straflos begangen werden. Also mehr braucht man gar nicht sagen, auch wenn dieses Zitat jetzt natürlich auch schon wieder Jahrzehnte alt ist. Aber es geht sicher allgemein um Erfahrungen von Angst, von Vernichtung. Das kann jetzt sein, eben ein Kriegserlebnis. Das kann sein, patriarchale Gewalt zu Hause. Das kann ganz viel sein, eben auch Gewalt in Beziehungen. Es ist ein so großer Irrtum zu glauben, dass man nur in einem Krieg ermordet wird oder nur in einem Konzentrationslager. Man wird mitten im Frieden ermordet. Dafür sorgen eben die anderen oder das, was ich den Mörder nenne. Liebe Doris, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Zu Gast bei Till Köppel war Ö1-Redakteurin Doris Glaser. Geboren und aufgewachsen in Wien, studierte sie Psychologie, Theaterwissenschaften und besuchte die Wiener Schauspielschule Krauss. Bei einem Nachrichtensprecher-Casting im ORF trug sie Ingeborg Bachmanns Text Undine geht vor. Sie ist Ö1-Kulturredakteurin sowie Producerin und Moderatorin des Ö1-Quiz Gehört Gewusst. Das war eine Folge der Ö1-Bücherbox, Staffel 8 zum Thema Lieblingsbücher. Malina von Ingeborg Bachmann ist im Surkamp Verlag erhältlich. Die Romanzitate haben Eva Mayer und Sky MacDonald gelesen. Gesprochen hat außerdem Michael Köppel. Gestaltung Till Köppel. Redaktion und Idee Julia Reuter. In der nächsten Staffel präsentieren wir vier Romane, die alle in der einen oder anderen Form mit dem Thema Zeit zu tun haben. Darunter Momo von Michael Ende. Redaktion. Redaktion.